CapTrader zu Besuch bei Marc Friedrich. Wieder. Marc, fangen wir doch direkt mit Bitcoin an. Du hast recht behalten. Ja. Wie so oft leider. Wie sieht es denn aus? Werden wir dann noch die 100 kratzen, wie so manche jetzt enthusiastisch meinen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr positiv, dass wir diesen Winter auf jeden Fall sechsstellig werden. Vielleicht sogar liegt es als Weihnachtsgeschenk unterm Weihnachtsbaum. Ich bin positiv gestimmt. Meinst du, es beeinflusst die anderen Märkte, was so die Liquidität angeht? Nein. Das heißt, separat meinst du? Ja. Also der ganze Kryptomarkt sind gerade mal drei Billionen Dollar. Das ist ein Furz im Wind eigentlich für die großen Kapitalmärkte. Wenn man überlegt, die ganzen Aktienmärkte weltweit haben eine Marktkapitalisierung von über 120 Billionen. Ist es wirklich eigentlich also nichts. Und natürlich geht Geld raus teilweise, vielleicht aus Goldfonds oder aus irgendwelchen Aktien oder ETFs Richtung Bitcoin. Aber es sind immer noch sehr, sehr wenige. Das sind Retailer vor allem, die jetzt investieren. Aber auch die Hedgefondsmanager oder halt reiche Investoren, die jetzt einfach noch versuchen, ihr Portfolio zu diversifizieren, die jetzt Bitcoin neu entdecken als Inflationsschutz. Und dieser Trend wird natürlich anhalten. Aber momentan sehe ich noch keine großen Kapitalabflüsse. Ich sehe es auch bei uns bei den Klienten, bei unseren Kunden in der Honorarberatung. Die würden jetzt nicht irgendwie Aktien verkaufen, um dann jetzt Bitcoin zu investieren, weil die haben ja schon Bitcoin. Ja, die Millennials haben sie ja scheinbar die ganzen Kryptos für sich so entdeckt als Lottoscheinersatz. Sagst du immer noch, die anderen Coins sind Shitcoins? Ja. Ja, also die werden gut laufen. Also verstehe mich nicht falsch. Also ich habe auch Shitcoins im Portfolio, um dann mit den Gewinnen mehr Bitcoin zu kaufen. Und dieser Altcoin-Markt wird stattfinden. Hat auch 2017, 2013, 2014 stattgefunden. Die wenigsten haben tatsächlich einen Mehrwert. Also Bitcoin ist dezentral. Da steht kein Unternehmen dahinter, keine Privatperson, keine Stiftung in Zug in der Schweiz wie bei Ethereum und so weiter. Kann nicht manipuliert werden. Ich meine, Ethereum hat ja schon bei dem DAO-Hack 2016 war der, glaube ich, haben da einfach nochmal die Blockchain zurückgespult. Und das geht halt mit Bitcoin nicht. Deswegen ist für mich Bitcoin King. Wirklich sozusagen zinsurfrei, grenzenlos, limitiert, deflationär. Und alle anderen Coins sind halt nice to have. Aber so einen richtigen Mehrwert muss man jetzt gucken, was mit den DeFi-Projekten ist. Es gibt interessante Projekte durchaus. Und man darf halt nie vergessen, es ist zentralistisch. Es steckt irgendwie eine Person oder ein Unternehmen dahinter. Das ist wie die EZB mit dem Gelddrucken. Und aus dem Grund muss man halt einfach Vorsicht walten lassen, weil im Bärenmarkt verlieren natürlich dann die Altcoins überproportional viel gegenüber Bitcoin oder generell, wenn es runtergeht. Und dahingehend würde ich eher auf Bitcoin sozusagen das Pareto-Prinzip ansetzen. 80 Prozent Bitcoin, 20 Prozent bisschen gambeln, um dann damit mehr Bitcoin zu kaufen. Ja, letztes Mal, als wir gesprochen haben, hieß es, Inflation is transitory. Ja. Sind wir da jetzt raus aus der Nummer? Ist Inflation da? Ja, natürlich, klar. Auch da lag ich ja richtig nach unserem Gespräch. Die Inflation ist da und wird auch bleiben. Ich habe ein ganzes Kapitel in meinem Buch geschrieben darüber, warum die Inflation jetzt kommt. Und das war jetzt auch keine hellseherische Fähigkeit, sondern das war einfach Mathematik. Es wurde noch nie so viel Geld gedruckt wie nach Corona. Jeder vierte Dollar wurde kreiert aus dem Nichts geschöpft. Wir haben nicht nur die Notenbanken gesehen auf Gelddruckmodus, sondern sogar die Staaten haben die Konjunkturpakete geschnürt in Größen, die noch nie vorhanden waren, also gigantischen Ausmaßes. Jetzt zuletzt ist wieder Biden mit über One Trillion Dollar, also eine Billion Dollar, die jetzt nochmal als Konjunkturprogramm ins System pumpt, um hier sozusagen das System am Leben zu erhalten. Fakt ist tatsächlich, was wir sehen, ist gerade eine riesen Insolvenzverschleppung von fiskalischer Seite, aber auch von der Notenbankpolitik aus und der monetären Seite. Und dahingehend die Inflation wird bleiben. Und ich habe es im Buch ja auch aufgezeigt. Es gibt eine geniale Studie von der Bank of England, die festgestellt hat, dass in den letzten 800 Jahren, immer wenn eine Pandemie kam, ein Jahr später immer, 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 immer eine Inflation kam. Und das ist ja klar, weil das Geld wird da reingepumpt, die Wirtschaft schwächt sich ab etc. pp. Da muss man kein Mathematiker sein. Und aus dem Grund, die ist nicht vorübergehend, die ist nicht transitory, die wird uns auch 2022 begleiten und die wird auch steigen. Also die Wareinflation ist ja viel, viel höher, habe ich ja auch im Buch aufgezeigt. Und das sieht man ja auch an den Asset-Price-Entwicklungen. Also da werden weitere Reflationen, Melt-Ups sehen. Also ich kann mir gut vorstellen, ich habe es im Buch geschrieben, DAX bei 30.000, dort schon es bei 70.000, sehe ich gar kein Problem. Das heißt, die Party geht weiter. Volles Risiko. Man muss da mittanzen. Du sagst ja auch Shit-Coins. Also wenn man sich jetzt schließen sollte, als Anleger gehe ich, mache ich, gehe ich auf Vorsicht, Risikovermeidung oder mache ich da mit bei der Party? Also ich würde 80% in sichere Werte investieren, auch dafür das Pareto-Prinzip und 20% würde ich tatsächlich gambeln, weil es kann gut sein, dass diese 20% verdammt stark steigen werden. Also die Reflation, der Melt-Up wird gigantisch sein, wenn man da in die Vergangenheit schaut. Und die Vergangenheit ist ein weiser Ratgeber. Weimarer Republik, Venezuela, die Aktienmärkte explodieren immer wieder in der Inflation, aber auch in der Hyperinflation. Da möchte man einfach einen Wertspeicher haben, wenn man sich überlegt, wie Gold in der Weimarer Republik sich entwickelt hat. Wenn man da nur 20 oder 5% oder 1% drin hatte, dann hat man gewonnen. Also allein in der letzten Dekade, wenn man nur 1% seines Gesamtvermögens in Bitcoin hatte und die 99% in den Aktienmärkten, hat dieses 1% sich trotzdem besser entwickelt wie die 99% und Bitcoin hat alles outperformed. Und so wird es meiner Ansicht nach auch in dieser Dekade sein. Deswegen, ich kann nur jedem empfehlen, einen Teil dieses Netzwerkes, dieser Energie von 21 Millionen Einheiten, was ja Bitcoin irgendwann mal haben wird, zu besitzen. Ja, weil wir sind allein über 80 Millionen Deutsche. Das heißt, nicht mal jeder Deutsche kann einen ganzen Bitcoin besitzen. Und wenn man 0,25 Bitcoin hat und jetzt ist der Preis halt bei fast 60.000 Euro, wo wir damals gesprochen haben, haben wir glaube ich bei 25.000 Euro oder 20.000 sogar nur, hat es sich verdreifacht seitdem. Und die Party geht noch weiter. Man muss ja keinen ganzen Bitcoin kaufen, man kann ja nur einen Bruchteil davon kaufen. Und ich würde trotzdem auch in Aktien investieren, ich würde trotzdem Edelmetalle kaufen. Also alles, was limitiert ist. Wir sehen ja, die Notenbanken drucken unlimitiert Geld. Wir sehen, die Staaten drucken unlimitiert, machen immer mehr unlimitiert Schulden. Also brauche ich entgegengeglich in Form von limitierten Werten. Alles, was limitiert wird, wird in diesem inflationären Geldsystem im Preis weiter steigen. Deswegen habe ich jetzt nicht auf einmal doppelt so viel Land oder mein Haus wird größer oder mein Goldbarren wächst. Nein, ich muss lediglich immer mehr Papiergeld auf den Tisch legen, um eine Einheit von Land, Immobilie, Bitcoin oder Goldunze zu kaufen. That's it. Das ist Mathematik. Leben wir nicht in so einer, also als Anleger meinen wir ja, die Weisheiten gefressen zu haben, weil wir gehen davon aus, die Notenbanken kennen jetzt nur noch eins, Notenpresse an, drucken, drucken, drucken. Die Zinsen sind nicht mehr, da kann man ja gar nichts mehr drehen an den Zinsen. Das heißt, die bleiben weiterhin niedrig. Und die Regierungen, ja, spätestens nach Corona, geben Geld aus en masse für irgendwelche Programme. Haben wir da irgendwas nicht auf dem Radar? Weil eigentlich müsste man ja, wenn man davon ausgehen, dann muss man ja einfach kaufen. Ja, was wir nicht auf dem Radar haben, ist halt die Mathematik. Also wir haben halt jetzt die Hybris zu denken, wir könnten Wohlstand durch Gelddrucken erzeugen oder durch Schulden erzeugen oder wir könnten die Krise durch Gelddrucken irgendwie lösen. Hat noch nie funktioniert, wird nie funktionieren, weder in Jugoslawien noch in Russland noch irgendwo anders. Es hat immer in einem Desaster geendet und wenig Inflation führt immer zu mehr Inflation, hat schon Friedrich von Hayek gesagt. Und aus dem Grund muss man an der Party teilnehmen, tatsächlich. Aber halt mit Vorsichtsmaßnahmen und mit dem Mindset, mit dem großen Bild, mit dem Big Picture, das habe ich ja versucht im Buch aufzuzeigen oder das mache ich auch immer mit meinen Videos auf YouTube, den Leuten zu sagen, ja, das und das wird passieren, habt das große Bild im Kopf auf jeden Fall, aber das und das wird sich gut entwickeln. Also Bitcoin wird jetzt erstmal weiterlaufen, die Aktienmärkte werden weiterlaufen, aber es wird Korrekturen geben und dann sollte man auch antizyklisch dementsprechend wieder reinvestieren und die Zyklen auch richtig erkennen. Und ja, das ist die Hybris. Also wir sind einfach, denken wir wären die Krone der Schöpfung, aber es wird uns auf die Füße fallen, weil this time is not different, auch wenn es die EZB oder Frau von der Leyen oder die ganzen Banker denken. Jeder, der sein Ticket noch nicht eingelöst hat, die ganzen, ja, sagen wir mal Rentner oder whoever, der Geld auf dem Sparbuch hat, ist jetzt höchste Eisenbahn? Ja, absolut. Also Geld gehört überall hin, Dominik, aber nicht aufs Konto, weil erstens, Geld auf dem Konto gehört nicht mir, es gehört der Bank. Also wenn die Bank umkippt, wenn was passiert, SAG-Gesetz, Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, dann hafte ich. Momentan haben wir noch die Einlagensicherung von 100.000 Euro, aber wer das glaubt, der glaubt auch ein Weihnachtsmann. Dann die zweite Geschichte ist natürlich der Minuszins teilweise, der jetzt schon droht bei vielen Banken, schon bei kleinen Summen, dass ich Minuszinsen zahlen muss, eine Art Strafe in Strafzins. Ich bekomme keine Zinsen mehr, das ist natürlich die nächste Problematik bei dem ganzen Thema. Und dann natürlich der vierte Punkt, dass die Kaufkraft weiter weggeknabbert wird von der Inflation, von dem Geld, was ich auf dem Konto habe. Ich möchte nur ein kurzes Beispiel nennen. Die EZB hat ja immer das erklärte Ziel gehabt, 2% Inflation, Preisniveau, Stabilität, heißt es dann bei der EZB. Aber ich habe nie verstanden, das war für mich immer paradox als Mensch, als Ökonom und als Schwabe, was daran stabil ist, wenn ich jedes Jahr 2% an Kaufkraft verliere. Das heißt, ich werde jedes Jahr ärmer. Wenn man 2% Inflation pro Jahr hat, hat man nach 35 Jahren sein Geld auf dem Konto halbiert. Wenn man das nur um 1% erhöht auf 3%, sind es nur noch 24 Jahre. Und jetzt haben wir momentan eine Inflationsrate von 4,5%. Und die wahre Inflation, habe ich aufgezeigt im Buch, lag letztes Jahr bei 13,73%. Kann sich jeder ausmalen, wie schnell hier die Kaufkraft uns gestohlen wird. Und seit Einführung des Euros, offiziell schon, wurde uns 87,53% Kaufkraft genommen. Also der Euro ist eigentlich schon in der Hyperinflation, vor allem gegen Bitcoin. Ja, aber ich glaube, in der Vergangenheit dachte ich, Euro ist am Ende, das wird sich alles beilegen. Allerdings, wir sind ja immer noch da. Also das System ist langlebiger, als man gedacht hat. Der ist da, Dominik, der ist da, aber du kannst immer weniger kaufen. Ich meine, wer kann es denn hier in Frankfurt noch eine Immobilie leisten? Aber trotzdem verzichten ja die Leute nicht auf den Euro. Ja, die werden ja versuchen, das ist ein politisches Projekt, die werden das durchboxen bis zum Ende. Aber dann wird es ein bitteres Ende werden. Und die Kollateralschäden parallel werden gigantisch steigen, weil die Spaltung der Gesellschaft wird weiter vorangetrieben. Arm und reich wird immer größer. Der Mittelstand wird immer sich weniger leisten können. Einige wenige akkumulieren immer mehr Vermögen in perverser Art und Weise. Und dadurch natürlich treiben sie die Spaltung voran und die Verarmung der Gesellschaft. Und irgendwann wird halt dann soziale Unruhen kommen. Auch das zeigt die Geschichte. Das ist der Cantillon-Effekt. Die profitieren praktisch vom System. Was die Spaltung der Gesellschaft angeht, da eine kurze Zwischenfrage. Und zwar die Reichen gegen die Armen, die Kapitalisten gegen die Kommunisten, sagen wir mal. Jetzt hast du neulich den Gysi zu Besuch gehabt bei dir im Interview. Da hätte ich mir gehofft, dass du, du hast sogar mal eine Frage gestellt zum Cantillon-Effekt. Das war irgendwie eine ausweichende Antwort, fand ich. Du hast da nicht nachgehackt oder es schien, der hätte keine Ahnung von der Materialien? Also ich kenne ja Gregor ganz gut. Und wenn er so antwortet, weiß ich, er hat keinen blassen Schimmer von dem Thema. Ich meine, er ist ein Profi. Er wird ja oft in Talkshows oder in Interviews von Sachen befragt, wo er keine Ahnung hat. Aber er ist so ein brillanter Rhetoriker, dass es dann umschifft. Und deswegen wollte ich jetzt ihn nicht irgendwie bloßstellen vor der Kamera oder vor meinen Zuschauern. Weil das sehe ich einfach, ist keine gute Art. Und es ist jetzt keine, also wenn es jetzt ein CDUler gewesen wäre oder SPDler, der in der Macht ist, hätte ich gesagt, ja okay. Aber die Linken sind eine Splitterpartei, haben es nicht mal im Bundestag geschafft. Eigentlich mit 4,9 Prozent nur über die Direktmandate. Und dahingehend, was soll ich da irgendwie jemanden bloßstellen? Das mache ich nicht und dafür schätze ich ihn auch menschlich zu sehr. Ja, nicht, dass ich jetzt auch Kommunisten bauen würde, aber... Nee, never. Ja, allerdings ein bisschen traurig, dass die zwei bekanntesten unter Ihnen in Deutschland keine Ahnung vom Geldsystem haben. Wer sind die zwei bekanntesten? Der Wagenknecht. Wagenknecht hat Ahnung vom Finanzsystem. Also du musst das Video mit mir anschauen, dass ich... Habe ich. Ja, aber da hast du die Frage nicht gestellt. Nee, habe ich nicht, aber ich weiß, also ich rede mit Sarah ja viel. Und Sarah ist einer der kompetentesten Monetary Minds in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, die wirklich das Geldsystem durchdrungen hat, die weiß, wohin die Reise geht. Nee, dann freue ich mich auf Teil 2 mit dir. Auf jeden Fall, das wollen wir auch mal natürlich... Also ich sage ja, ich sage immer, wenn die Linken verstehen würden, wenn unser Geldsystem funktioniert, werden die jeden Tag vor der EZB würden demonstrieren, weil die EZB-Politik genau ihre Wählerschaft enteignet und verarmen lässt. Und Sarah weiß das, aber der Rest der linken Parteien natürlich eher nicht. Also die haben von Geld wirklich gar keine Ahnung. Hatten sie noch nie, sie sind Sozialisten. Ja, muss man so sagen. Ja, für die Goldbugs ist wahres Geld Gold. Wie siehst du denn Gold momentan? Ist irgendwie langweilig, ne? Was so... Das Sentiment ist ein bisschen sehr niedrig. Ist das der ideal Zeitpunkt, um einzusteigen? Genau, also das empfehle ich auf jeden Fall den Kunden der Honorarberatung. Gold ist jetzt antizyklisch absolut interessant und spannend. Man darf auch nicht vergessen, wir hatten starke zwei Jahre. 2019, 2020 waren gigantisch. Also 20 Prozent, 25 Prozent letztes Jahr, Silber sogar 47 Prozent und im Jahr davor waren es auch zweistellige Zuwächse bei Gold und Silber. Wir hatten, ich hatte ja im Buch, im letzten Buch habe ich ja geschrieben, dass 2018 sozusagen der Turnaround kommt, dass der Bullenmarkt beginnt und das war auch so. Und dieses Jahr haben wir einfach eine Verschnaufspause gemacht. Also Gold ist momentan Null auf Null, hat jetzt nicht gewonnen, aber auch nicht verloren. Silber ist jetzt leicht im Plus wieder, aber ich glaube 2022 wird ein sehr, sehr starkes Jahr für Edelmetalle. Also ich habe Min-Aktien gekauft, ich habe privat jetzt wirklich Gold-Aktien gekauft, auch für den Solid-Werte-Fonds, sind wir jetzt massiv eingestiegen, haben die Cash-Quote von 20 Prozent reduziert auf 5 Prozent aktuell, haben nochmal Silber gekauft, Rohstoffe gekauft. Und ich glaube, jetzt ist der ideale Zeitpunkt, antizyklisch weiterhin Silber, physische Edelmetalle, Min-Aktien zu akkumulieren. Und dann im Jahr 2022 geht die Party dann, glaube ich, richtig los, weil die Inflationsraten auch weiter steigen. Das heißt, der private Anleger, wenn er dir folgen möchte, direkt eindecken mit Rohstoff-Aktien, mit Gold-Minen. Absolut, absolut. ETFs, der Solid-Werte-Fonds ist spannend. Ich finde auch dann Einzelaktien spannend. Gerne mir auf Twitter folgen oder auf YouTube schauen und so und dahingehend aktiv werden. Und wer noch nicht investiert ist, hat jetzt einen guten, günstigen Zeitpunkt, weil jetzt hat man einen deutlichen Rabatt. Und ja, ich glaube, Gold und Silber, bei der Notenbank-Politik, bei der Politik generell, braucht man diese Lebensversicherung. Und ich glaube, es war Hoover, der gesagt hat, wir brauchen Gold, weil wir Politiker haben. Also deswegen, klar, ist eine Lebensversicherung für meine Kaufkraft. Wie stehst du zur Manipulation von Gold und Silber? Ich hatte Keith Neumeyer im Gespräch und der ist davon überzeugt, dass Silber auch manipuliert wird. Er ist ehemaliger Trader und meinte, wenn der US-Markt hat nicht offen und wenn dann in Asien irgendwie Verkaufsorder reingehen für riesige Mengen, dann dient das einfach nur der Preismanipulation. Natürlich, klar. Also da gibt es ja, ich meine, das ist ja keine Schwörungstheorie, ist ja bewiesen. Ich meine, JP Morgan Trading Desk wurde verurteilt für Bribing und für Manipulation und alles. Also mussten Millionen zahlen. Genauso Goldman Sachs, genauso Deutsche Bank und so weiter. Also weltweit wurden Barclays, wurden große Investmenthäuser auf Millionenstrafen verurteilt, weil sie den Goldpreis, Silberpreis, aber auch Aluminium, also eigentlich alles de facto manipuliert haben zu ihren Gunsten. JP Morgan ist der größte Besitzer von physischen Unzen in Silber, weil die antizyklisch praktisch sich eindecken, weil sie wissen, es ist eines der rastesten Metalle. Es werden im Jahr 800 Millionen Unzen geschürft. Der Bedarf aber ist bei über 1,4 Milliarden Unzen. Also das heißt, wir haben viel zu viel Nachfrage und viel zu wenig Aufkommen oder geschürfte Unzen. Und es wird momentan nur gedeckt über den Markt, dass halt irgendwelche alten Schmuckstücke eingeschmelzt werden oder Münzen. Und irgendwann ist halt Ende Gelände und dann explodiert der Preis. Und die Comex ist halt, ist eine Verbrecherorganisation, muss man einfach sagen. Also das ist mafiös, was da passiert. Und es wurde ja, wie gesagt, mehrfach schon bewiesen anhand der Zahlen. 14, 14.30 Uhr, wenn die eröffnet, sieht man doch immer wieder, wie der Dip kommt und so weiter. Man sieht es, als haben andere schon deutlich aufzeigen können, dass da große Manipulation seit Jahren geschieht. Deswegen haben wir ja so günstige Preise. Also mein Kursziel nach wie vor für Silber ist dreistellig. Ja, und für Gold sowieso geht es Richtung fünfstellig. Ja, da bist du auf einer Linie mit Kief, Triple Digit Silver. Hat man denn dann das Nachsehen als Kleinanleger, gegen diese Macht überhaupt anzukämpfen? Ich kaufe dann Goldminenaktien und dann klappt das nicht? Man muss einfach einen langen Atem haben, man muss Marathon laufen, weil irgendwann bricht diese Manipulation zusammen und die Welt wird erkennen und der Mensch wird dem System des Vertrauens entziehen. Nicht eine große Bank oder eine Notenbank oder eine Bankenpleite, sondern irgendwann werden die erkennen, hey, mein Geld wird immer weniger wert, ich muss Minuszinsen zahlen. Jetzt wollen sie auch noch einen digitalen Euro, einen digitalen Dollar und so weiter und noch mehr Überwachung. Und irgendwann werden die sagen, ich gehe lieber in Silber, weil Silber ist durch die Natur limitiert, was ich vorhin gesagt habe. Man braucht ein Gegengewicht in Form von limitierten Werten, limitiert durch die Natur oder durch die Mathematik. Also Gold, Silber, Minen, Land, Immobilien, aber eben auch Bitcoin. Und dahingehend können die jetzt noch investieren. Und die Unze Silber, die ich habe, die wird niemals wertlos werden. Es ist ein Sachwert, der durch die Natur limitiert ist. Der wird nicht nur auf Null fallen. Silber hat Krisen überstanden, Weltkriege, Diktaturen, Umweltkatastrophen, alles. Und für, was kostet die Silber unsere gerade 25, 27 Euro? Sorry, das ist perfekte Investment für meine Rente, finde ich. Und die wird auf jeden Fall in 10, 20, 50 Jahren oder 100 Jahren für meine Kinder und Enkelkinder noch einen Wert behalten. Und Silber braucht man so stark wie noch nie, wird stark verbraucht, auch endlich verbraucht in E-Mobilität, erneuerbare Energien in jedem iPhone. Also das ist das genialste Metall, finde ich, vor allem Geldmetall. Der beste elektrische Leiter. Ja. Wenn es um Edelmetalle geht, ein schwarzer Schwan, politisch gesehen, wäre auch gut für den Preis von Gold und Silber. Wir haben uns letztens unterhalten über China. Seitdem wir uns unterhalten haben, geht die Aktion mit Taiwan so in die nächste Stufe. Da ist ja alltäglich, dass da der Luftraum überflogen wird und die Muskeln werden da geflext von China. Wie stehst du dazu? Meinst du, das ist eine innere chinesische Angelegenheit, die irgendwann in den nächsten 10 Jahren geklärt wird? Ja, also der Gründe von Taiwan hat ja China verlassen damals mit einem großen Goldschatz. Und das ist natürlich den Chinesen ein Donner im Auge. Und diesem Goldschatz wollen sie zurück und sie wollen Taiwan zurück und sie wollen die Semiconductor, also die Speicherindustrie, zurück. Und das Problem ist natürlich, wenn China da mit den Säbeln rasselt, die Amerikaner stehen sofort Gewehr bei Fuß. Und dahingehend könnte aus dem Cold War vielleicht sogar ein Hot War werden. Und möglich ist natürlich alles. Ich meine, die Chinesen haben so viele Probleme hausgemacht. Die Demografiebombe zum Beispiel. Ja, da werden Millionen Beschäftigte, werden jetzt aus dem System ausscheiden in den nächsten Jahren. Wir haben da einfach so viele Menschen, die ernährt werden müssen. Wir haben die Food Crisis, die steigenden Rohkostenpreise. Also und dann der Kommunismus halt. Der Deal ist ja, wir überwachen euch, machen unser kommunistisches Spielchen hier und ihr werdet jedes Jahr reich. Und es geht halt nicht mehr wirklich auf. Also ich bin sehr skeptisch, was China angeht. Ich weiß, andere sind es nicht. Aber ich glaube, China oder die kommunistische Regierung wird in den nächsten Jahren fallen. Und also ich bin nicht auf China als Land oder die Menschen short oder negativ gestimmt. Ich glaube, die werden überleben. Aber die werden jetzt nach Demokratie irgendwann schreien. Und mal gucken. Das kann relativ schnell gehen. Aber es ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, Dominik. Genauso, wenn man nicht sagt, Gold geht auf 2.500 Dollar hoch. Das sind halt Parameter, die ich heranziehe. Und daraus baue ich mir mein Szenario. Und gut, in der Vergangenheit war es halt zu 70, 80 Prozent so, dass die Prognosen eingetroffen sind. Aber es gibt auch Prognosen, die nicht eintreffen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, dass Trump ein zweites Mal gewinnt. Wobei in der Zwischenzeit, glaube ich, wahrscheinlich hat er gewonnen. Und die haben die Wahl manipuliert, wenn ich das so mir anschaue mit Biden. Ja, da gibt es ja die Ausbildung in Arizona. Aber da, wenn wir da anfassen. Ja, keine Ahnung. Maricopa County etc. Aber ja, es gibt Ungereimtheiten. Wenn wir darüber sprechen würden, dann... Es wird ein Rahmen springen. Aber Fakt ist, es gab Ungereimtheiten. Und das ist jetzt auch bewiesen. Was China angeht, aus Sicht von China, wäre es, glaube ich, der ideal Zeitpunkt, jetzt Taiwan anzugreifen. Und dann, die Amerikaner haben ja gezeigt, dass sie, ja, nichts mehr können. Und aus Afghanistan abgehauen. Und der Präsident, ja, ich sag mal, da gibt es ja den einen, das eine Video, kennst du das, wo er über my butt, my butt's been wiped. Hörst du das? Ja, hab ich gesehen. Hat es wirklich gesagt? Hat es wirklich gesagt? Wenn ich da hinhöre, dann hört es sich so an. Deepfake gibt es auch, ja. Also ich kann mir, also ich, Biden, ich habe ja gesagt, also ich habe es auch geschrieben, Biden ist einer der schlechtesten Präsidenten, der ungeliebtesten Präsidenten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich so viele Menschen wie noch nie für ihn gewählt haben. Ja, let's go Brandon, ne? Let's go Brandon, absolut. Er ist inkompetent. Und ich habe gesagt, es wird ein Disaster werden mit Kamala und ihm. Und siehe da, es hat kein Jahr gedauert. Und er ist von einem Fettnipfchen zum anderen. Afghanistan, absolute Katastrophe. Das Krisenmanagement mit Corona ist auch nicht besser. Die Infrastrukturpakete, also es blüht einfach von Inkompetenz und Fehlentscheidungen am laufenden Band. Und deswegen, also ich kenne einige Demokraten, ich habe ja viele Freunde in den USA, die trauern tatsächlich teilweise Trump hinterher, weil er halt andere Politik gemacht hat. Und sagen halt, Biden ist ein Disaster. Und Kamala hat sich auch als eine Nullnummer entlarvt. Ja, die macht nette Videos mit gekauften Schauspielern. Aber ja, über Politik müssen wir nicht reden. Reden wir nochmal über Anlage zum Ende des Jahres. Also du sagst, jeder, der noch ein Sparbuch hat, Aktien, Edelmetalle, irgendwas Festes, Bitcoin. Also Aktien aber nicht alle. Also weil ich finde halt, die Aktienmärkte sind schon sehr, sehr, sehr stolz, ambitioniert bewertet. Ich würde da wirklich eher in die Nischen gehen. Gerade Rohstoffe, was ich auch im Buch geschrieben habe. Oran finde ich unglaublich spannend. Rohstoffe generell, Edelmetalle, Minenaktien und so weiter. Bisschen erneuerbare Energien. Minenaktien sind ja ein Inflationsschutz, ne? Absolut. Absolut auch ein Hebel dann, wenn der Goldpreis oder Silberpreis oder die Rohstoffpreise steigen, was sie ja gerade machen. Energie finde ich interessant. Also Öl, Gas generell. Und dann natürlich, klar, also Edelmetalle physisch immer, finde ich absolut spannend momentan. Bitcoin finde ich nach wie vor gut. Also ist nicht mehr günstig, so wie beim letzten Gespräch, aber ist immer noch gut. Hat immer noch ein gutes Chancen-Risikoprofil nach oben. Und ja, Diamanten, was man sich halt so leisten kann. Wenn man sagt, man hat genug Geld, kann man sich auch mal ein Diamant leisten, weil den kann man halt noch bis 10.000 Euro anonym erwerben. Und auch dieses Fenster wird geschlossen werden. Irgendwann wird alles registriert werden. Die komplette Datenkrake, Staat, EU wird auf uns zugreifen. Deswegen würde ich jetzt halt versuchen, noch so viel wie möglich Geld aus dem System rauszubekommen in Form von limitierten Werten. Also durch anonymes Tafelgeschäft, Gold, Silber, Diamanten, Platin, Palladium. Ja, Platin, Palladium haben die meisten Investoren gar nicht auf dem Schirm. Finde ich auch extrem spannend, weil wird auch in der Industrie stark gebraucht. Ja, man kann nicht auf jeder Party mittanzen, ne? Naja, doch. Also finde ich schon. Als Fonds, ja. Ich würde diversifizieren. Nee, auch als Privatperson. Also man kann eine Platin-Münze kaufen, man kann eine Palladium-Münze kaufen, man kann Platin- oder Palladium-Aktien kaufen. Also Minen, die praktisch auch Palladium und Platin abbauen. Kann man alles machen, ne? Zinn finde ich spannend, Nickel, Kupfer. Ja, Marc, danke für die Einladung. CapTrader im besten Studio, in dem wir jemals waren bisher. Mit einer super Aussicht. Ja, auf die EZBD irgendwo, Deutsche Bank sehe ich noch. Aber ja, genau. Nee, in Frankfurt. Danke. Gerne, Dominik. Danke. 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 Vielen Dank.